Untertitelung des ZDF, 2020 Die Hälfte ist in der Nähe von der Hälfte, die der Flucht und die Flucht-Käste hat. Hier ist es ein Flucht-Kläfen. Ein Flucht-Kläfen ist in der Nähe von der Flucht-Kläfen. Da ist auch ein Flucht-Kläfen, das ist ein Flucht-Kläfen. Er ist ein Flucht-Kläfen. Das war's für heute.